Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. In letzter Zeit sind viele Fragen reingekommen. Ich habe mir gedacht, beantworte ich die Fragen im Infovideo, damit auch jeder die Antwort mitbekommt. Frage Nummer 1. Gehe ich auf die Gamescom? Ja, aber privat. Ich bin am Donnerstag dort, war mit der Bibelbahn nach Köln, falls ihr denn fährt von Mainz aus. Aber ich bin da froh und mutes. Wie gesagt, ich bin dort mit Freunden, das erste Mal auf der Gamescom und freue mich dann drauf. Ich bin aber an keinem Stand zugegen, also es gibt keine Möglichkeit, mich irgendwie da jetzt offiziell zu treffen. Wenn ihr mich irgendwo seht, könnt ihr gerne Hallo sagen. Aber ich bin eben bei keinem Netzwerk, bei keinem YouTube-Netzwerk und bin deshalb auch auf keinem Stand zugegen. Und ich bin noch nicht so groß, dass ich einen eigenen Stand hätte. Frage Nummer 2 ist, wann ist der nächste Livestream? Das ist eine valide Frage. Und die Antwort ist Sonntag, 25.8 Uhr, 14.15 Uhr. Aber ich werde es bei Facebook höchstwahrscheinlich schon mal genau posten. Ich habe Bock auf Europa Universalis 4, aber mir werden natürlich noch ganz viele andere kleine Spiele spielen. Wie lange das Stream geht, ist wieder offen. Schauen wir mal. Dann, ja, apropos Europa Universalis 4, mit wem spiele ich dort weiter? Ihr habt ja ganz viele Vorschläge mir in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, das Video hatte irgendwie 200 Views und 500 Kommentare oder so. Vor allem habt ihr mir geschrieben, wenn ich nicht spielen soll. Und das ist so ziemlich jede große Nation, weil es dazu schon Let's Plays gibt. Und da habe ich mir überlegt, machen wir doch Folgendes. Ich habe diesen Crusader Kings 2 Save Game Converter. Mit dem können wir das Save Game vom Crusader Kings 2 Let's Play zu einer Europa Universalis 4 Mod machen. Und dann mit der Welt so weiterspielen, wie wir sie in Crusader Kings 2 verlassen haben. Das Ding ist, wir können natürlich nicht mit einer Person weiterspielen. Wir haben dann keine Dynasties, sondern wir sind eben dieses eine Land. Haben dann schon den Kaiser Markus, der dann eben Deutschland beherrscht. Das Land würde auch Deutschland heißen. Wir sind Kaiser, das ist ein riesen Vorteil. Wir haben aber gerade mal sieben Provinzen oder so. Und die sind auch sehr aufgesplittet. Wir haben Mecklenburg im Norden, wir haben Baden und Preisgau. Und dann haben wir eben die österreichische Gebiete um Kreien herum. Und noch zwei italienische Provinzen. Ich finde es ganz interessant, weil es schwierig sein wird, zum Beispiel Mecklenburg zu verteidigen. Aber einfach sein wird eben Provinzen um uns herum einzunehmen, weil das ganz kleine sind und noch keine Bündnispartner. Wenn wir da von Anfang an gleich aggressiv spielen, können wir uns dann ein gutes Reich aufbauen, mit dem wir dann zentral in Europa mit Deutschland dann tatsächlich spielen können. Ich werde es machen. Falls ihr sagt, Moment, da ist das total schlimm, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich glaube, das dürfte euch auch gefallen. Dann Fragen für das Civilization Tutorial. Hätte ich gerne von euch. Und zwar bin ich immer noch am Schneiden, am Zusammenfrickeln, am Levelfinden für das Civilization Tutorial, damit es eben nicht ein totales Anfänger-Tutorial wird, was man auch bei Civilization selbst spielen könnte, sondern dass es eben auch ein Tutorial wird, was nicht für Pros gedacht ist, sondern so für den durchschnittlichen Spieler, dass man, sagen wir mal, von Schwierigkeitsstufe 4 auf 5 hoch kann oder so. Und da hätte ich gerne Fragen von euch. Was brennt euch da schon immer auf dem Herzen? Im Hinblick auf die 4. Folge. Erstmal kommen Folge 2 und 3, aber die kommen relativ zeitnah nacheinander, weil ich da beide gerade gleichzeitig am Machen bin. Dann ist die Frage, warum habe ich einen Rotenbart? Ich bin direkt der Nachfahre Barbarossas. Ich kann es mir nicht anders erklären. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis Donnerstag, Sonntag, bis morgen. Und ciao, euer Ergensan.